Ich habe vor kurzem das einzige Video meiner Eltern wiedergefunden. Da war ich neun und meine Schwester war fünf. Ausgerechnet an diesem Tag fand ich in einer Zeitschrift eine Bunny-Maske und hüpfte wie bescheuert rum. Ich konnte ja nicht wissen, dass es die letzte Aufnahme meiner Eltern sein würde. Ich konnte ja nicht wissen, dass es die letzte Aufnahme meiner Eltern sein würde. Oma, Opa, Vanessa und ich, wir waren echt die kaputteste Familie im Russenghetto. Über das, was passiert ist, haben wir nie gesprochen. became der erste Aufmerksamkeit. Nein, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Vielen Dank.